einen wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa 18 ultimate team mit paxis müssen wir noch super weg packen nicht ein wechseln das ist nicht mehr los quadrado ist ein wechselspieler mein gott aber quadrado ging eigentlich auch nicht so krass ab als wechselspieler aber naja ging bisher irgendwie niemand außer alessandri was wollte ich sagen ja ich hoffe es geht so weiter wie in der ersten folge für dieser weekend liegt dafür die spiele hier okay er wird auf garanti wechseln im spiel mit diesen bronzes zom rausnehmen damit er irgendeinen krassen spieler reinnehmen und also irgend sowas die impfung sind schon mal krass wants to watch dingens war das salar ich glaube ich wusste dass er direkt pause drückt zwar klar ja genau wants to watch salar als upgrade hatte ja schon inform dann inform jesus in von fernandino und ja ganzen krassen shit halt inform kolasinat hat das auch gehabt kurz warntor also das ist schon ein krasses team da gewinnt man zweimal folgen bekommt direkt ein überteam ich habe ja glück und der gegner spielt vielleicht schauen wir mal habe ich eigentlich schon mal drei spiele in folge gewonnen da in fifa 18 weekend league also die ersten drei spieler nicht drei folgen der ersten drei gerade nicht so jetzt machen wir mal ganz schön haben wir glück und der gegner spielt nicht so gut hätte man sogar einen tic straffer aufziehen können und nein ist das ist ein schwacher passt weil ich hätte schon schießen dürfen oder sollen vielleicht besser gewesen den noch mal wegzulegen gott das weiß super über ambitioniert dieser passt wenn ich sein müssen was was zweimal warst du eigentlich dran eine flanke von donnarumma freunde hört doch mal auf meine schüsse zu blocken ich denke gerade der zweite wäre ziemlich gefährlich geboten zählt es eigentlich als schuss wenn er geblockt wird oder ist es dann noch zu nah dran also zählt es erst wenn der schon ein bisschen vom vom da war kacke der pass vom beiführer weg ist das war ein bisschen klick schon gemacht mit gulam also bisher macht smooth der anfang aber es kann auch ganz schnell ins auge gehen das ist aber auch die ganze zeit mitläufen mitlaufen muss dieser kolasinat das gibt's noch nicht schön geblockt hätte er auch gedacht dass er jetzt nach innen ziehen darf hat er dann zum glück nicht gemacht weil ich glaube das wäre gefährlicher geworden direkt mal zwei aussteigen lassen weil beide mit gerannt sind ich habe gesagt er geht direkt zum tor also er schaut zum tor nach dich dieser el jarabi und wir könnten krass als solange über den bronzespieler gespielt dass der wahnsinn das ganze englisch hätte so weiter durchziehen sollen aber leider ein gegnerischer fuß noch gut drin wie hier aber bei ihm bleibt der ball natürlich dort schade na und ein stellungsfehler da liegt einer hilfe hilfe stellungsfehler 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 was aber muss 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 hat schon ewig keins mehr gemacht ich glaube dieser koulibaly der steht immer im weg also seit wir den halt haben positioniert sich halt koulibaly mehr zum kopfball und weniger muss hat das gefühl koulibaly solle natürlich keine flanke ins tor werden koulibaly ist halt er durch mit seinem scheiß pace spieler koulibaly 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 Och mann, gerade kotzt es mich aber auch ein bisschen an, muss ich es zugeben, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn das für ein Pass? 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 Konzentrier dich Junge, komm, es ist noch nichts passiert, der Gegner ist noch nicht so gut, das kann ich definitiv noch gewinnen. Ein guter Angriff. 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 Ich meine, solange ich defensiv gut stehe, dann brauche ich auch nicht unbedingt eine andere Formation, aber sobald ich halt hinten liege und merke, nach vorne geht nichts, dann sollte ich halt schon mal eine andere Formation probieren. Ich dachte eigentlich, er spielt jemand anderes an, deswegen habe ich direkt auf Schießen gedrückt, sonst hätte ich vielleicht nochmal passen sollen. Da habe ich mich gerade blöd vernaschen lassen. Dankeschmelzer für dieses tolle Stellungsspiel. Das haben wir wieder ganz gut gemacht. Schwieriger Pass, aber ich denke, den muss ich da so spielen. So, ich muss mich konzentrieren, von Anfang bis zum Ende, das hat mir vor allem in den ersten Spielen in der letzten Weekend League so viel gebracht, das war halt schon wieder dumm nicht konzentriert. Ich bin nicht konzentriert. Och, ne! Schönes Lackertor, herzlichen Glückwunsch. Egal, wie Trainer spielt's. Egal, wie Trainer spielt's. Ich hab doch zweimal auf Schießen gedrückt, damit er ihn flach schießt. Egal, ruhig bleiben, komm, ist noch nichts passiert. Ich hab doch schon mit. Schönes Lackertor. Du bist mir mal auf Schießen. Ich hab doch schon mit der Erreite. Ich hab doch schon mit dem Öffn. Ich hab doch schon mit dem Öffn. Ich hab doch schon mit der Erreite. Ich hab doch schon mit der Erreite. aber wie es nicht 2 0 steht natürlich Ich glaube, er hat keine Schuld dran. Ich glaube, er hat das nicht so gemacht. Das war einfach CBU, glaube ich. Ich gucke nochmal. Na, wobei doch, er hat wahrscheinlich auf Tacklen gedrückt und kam zu spät. Nein, nein, das ist doch schon seine Schuld. Unverdient auf jeden Fall, dass es hier 1-1 steht. Gegner hat dann noch eine Riesenchance, hätte 2-0 stehen können. Aber egal, sowas muss man mitnehmen. Jetzt machen wir das 2-1, das 3-1, das 4-1, das 5-1 und gewinnen. Ich spiele gerade scheiße, es ist einfach so. Der fehlt was, was du sinnlos. Schade. Schade. Mertens ist einer meiner absoluten Hass-Spieler. Ich würde sogar sagen, Mertens ist der schlimmste Gegner, gegnerische Spieler, den ich bisher gehabt habe. Pass. Passe. Geil. Verdammt nochmal. Der Arangis hat aber auch einen geilen Schuss. Meine Fresse. Sehr schön. Was reicht nicht gegen den? Spiel gedreht, ja gesagt. 2-1. Jetzt kommt es 3-1, dann ist es 4-1, dann ist es 5-1. Schöner Schuss. Da haben wir relativ frei zum Schuss. Ich würde sagen, schon mit Arangis. Vielleicht noch, ich weiß nicht. Ich würde fast sagen, Arangis macht mit so die meisten Distanztreffer. Aber Brosevic hat, glaube ich, auch einige im Petto. Alter, ich bin doch dran. So eine Scheiße. Mertenzeit, ich sag's. Ich bin dran, aber es bringt nichts, dich aufzuregen. Ach, Mann, ey. Katzen. Das war wieder das Problem. Mischung aus aggressiven Draufgehen und Zustellen. Das war halt einfach nicht. Ich war nicht aggressiv genug drauf. Ganz einfach. Der Ballernahme. Und da war nicht. Schön gemacht mit Origi, auch schöner Schuss, das hat nicht gereicht. Auch wieder ein schöner Schuss mit Tolisso, das hat auch nicht gereicht. Auch wieder ein schöner Schuss mit Tolisso, das hat nicht gereicht. Abgefälscht, bitte. Ach, Süle, auch noch keins gemacht. Ach, Süle. 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 Oh, fuck. 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 Oh, fuck.